Steht hier schon wieder, abonniert den Zarq. Steht hier von überall. Ja, richtig. Das ist echt krasser Spiel. Dass die sich so involviert haben. Warte, guck mich jetzt auch noch mal an. Komisch, dass die mich gar nicht angeschrieben haben. Eigentlich kannst du da Geld verlangen. Ja, ich rufe da auf jeden Fall nach Rano. Macht da ein bisschen Stress. Zack, McFloy. Kannst du dich an die Szene erinnern bei, was ist das, Vergessene Welt oder so? Fast Vergessene Welt, ja. Jubiläer. Ach, mir ist der Song eben nicht eingefallen. Deshalb meine ich doch eben auch E-Nig, der Altruzian hat gerufen. Ich trau niemals einen Pippen mit einer Tunika. Auf keinen Fall. Okay. Okay, warte, wir sind von da gekommen und... Ja, und jetzt geht's hier weiter. Richtig in die U-Bahn rein, oder? Jetzt geht's hier richtig ekel in die U-Bahn rein. Hä? Boss. Boss, 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 rein da, Boss. Boss? Ach du Scheiße, das ist das Phantom, oder? Ja, ich glaub schon, ne? Der lacht. Deshalb konnte man ihn nicht besiegen. Ja. Mach mal meinen Ulten. Ach du Scheiße, der ist irgendwo neben uns. Ich hab Looten, ich hab Luto. Dann müsstest du einen Verband nehmen. Ja, ich auch. Der schießt. Oh, er schießt auf mich. Ah, ich bin tot. Ich bin tot. Alter, das ist ein übel Team hier. Warum bin ich... Warum bin ich hier runtergegangen, ich Idiot? Man muss echt da oben bleiben, ne? Kann leider auch nicht krabbeln. Entschuldig. Warte. Der schießt. Oh, der hat seinen Scheiß genau hingeschossen. Ich bin tot. Boah, ich bin übel auf. Ich bin tot. Und der schießt dann Scheiß. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Warte, geh weg, geh weg, geh weg. Ach so. Ah, okay. Ich hab das noch gar nicht gecheckt, was er da macht. Das ist, wenn der in die Luft schießt. Dann kommt das irgendwo auf den Boden. Und dann explodiert er alles. Ah, der... Oh nein, ich bin hier runtergesprungen. Alter, was? Ich boxe mich mit dem. Ich boxe mich mit dem. Der schießt den Scheiß auf dich. Ah ne, der hat noch nicht geschossen. Krass. Ah, hier ist er. Weit. Wir sollten mal den Ulti machen. Ich hab noch nicht aufgeladen. Ich hab noch nicht aufgeladen. Ach du Scheiße. Hä? Der ist von mir noch nicht aufgeladen. Ich mach den mal. Ich mach den mal. Ja, das ist aber gut. Dann kann ich den gleich machen. Der ist hier links. Der schießt. Der schießt den Scheiß wieder. Ah, okay. Das verfolgt er in mir. Der Ulti ist leider wieder leer. Bei mir ist es gleich voll. Alter. Der schießt. Siehst du ihn? Ja, der hat sich nicht wegteleportiert. Der würde so gut haben. Oh nein, ich bin tot. Los. Ja, gib mir dein Herz. Ja, das hab jetzt nur noch eins, ne? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Dann muss ich mich mal heilen. Ja, ich mach gleich die Fähigkeit. L1 war das? Ah ne, eher eins. Ne, nimm das Herz nicht. Du nimmst das Herz. Achso, ok, ja. Das meine ich ja. Au, wo, 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 wo. Was? Zum Glück ist mal ne Heilung hier. Nee. Sind schon wieder tot, Mann. Das ist das letzte Herz. Oh, wo, 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 wo. Was? Schade, dass man nicht krabbeln kann. Rechts kommt einer, Vorsicht. Hey, der ist auf mich drauf! Der ist auf mich drauf, ich bin jetzt da irgendwie zufrieden. Jetzt. Entschuldig? Ja. Ich hab jetzt kein Herz mehr, ne? Ich hab noch zwei. Ich darf halt jetzt nicht sterben. Komm, bist du hier? Oh, der schießt den Kack wieder. Hast du die Heilung nochmal? Ich hab gar nichts mehr an. Ja. Oh! Bist du in der Heilung drinnen? Ja, ein bisschen zumindest. Einer! Oh, der schießt den Kack wieder. Deine Heilung ist weg. Alter, wir sind beide super low, ne? Wenn du die Heilung hast, dann mach die. Ne, ne, ne. Kann ich weiter nicht. Ich blüte auch noch. Oder in der Verstärkung, ich hole dich noch. Ja, ich bin auch jetzt tot. Ich bin hier unten. Oh, da sind Gegner. Und da kommt einer von hinten, die ist angesprinzelt. Alter, ich bin so gut wie tot. Ich muss hier raus. Alter, wie viele Gegner sind hier? Mein Boss steht bei mir. Jetzt ist er weg. Ich muss einmal ein Herz nehmen, weil ich so low bin. So, ich versuch mal zu dir zu kommen. Jetzt, glaube ich. Das ist das letzte Herz, das wir haben. Ja. Steht der Boss da? Ich muss hier beim Boss gehen. Wo ist der Dude? Da steht er. Sag Bescheid, wenn du die Heilung machen kannst. Mach den Gefort. Ich habe gerade meine andere Waffe. Mit der Brand-Munny. Der ist aber fast tot. Der Endlöser. Ah, der ist tot, glaube ich, oder? Ich habe ihn umgebracht. Ja, ich glaube auch. Hier hinten ist der Ausgang. Lassen wir ihn schnell in den Ausgang gehen. Kann er looten noch, oder? Ach so. Ja, okay, stimmt. Lass mal kurz einen Checkpoint, oder? Ach, das ist ja gar kein Checkpoint. Wir brauchen einen Checkpoint. Ja, hier weiter. Warte. Hier links. Da ist der Checkpoint, den wir eben gesehen haben schon. Jetzt müssen wir zur U-Bahn. Das war nicht die U-Bahn. Ne, ne. Wir sind dann irgendwie in so einen Dungeon oder sowas reingegangen, glaube ich dann. Ach, das war gar nicht story-related, glaube ich. Guck, und ganz am Anfang, wo wir den Checkpoint gesehen haben, da waren wir auch an diesen Wurzeln auf der anderen Seite. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Ja, und jetzt? Ja, wir müssen uns aufbessern, direkt. Weil ich hab halt auch keine, diese beiden, diese kleinen Health-Digger, ich weiß nicht wie die heißen. Ja, die fehlen mir auch. Wer verkauft die denn? Der... Reggie. Reggie. Komm. Reißen wir mal kurz zur Basis. Ja, ich kann auch dieses kleine Mädchen nicht mehr so, was die ganze Zeit singt. Okay. Mir gefällt. Catch. Ich weiß nicht, wir haben sie keinen Catch. 40 Kilo gefällt. Was? So, hier ist die Tür. Da ist ein Tor. Lass uns durchschreiten. Puh! 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 dared Woman. Ehh! Martin, von hier kommen wir, ne? cep Wer redet da? вет Puh! quir wird hier? Puh! Hätte Catch 2, 2. wer redet hier und hier kann man hoch kann man ja rein die koppel achso hier ist ein typ wer bist du mann warum redest du mit uns ich hab der hört mich auf na gut dann lassen wir den mal hier weiter chill ja ich probier's mal ganz kurz auf der karte weil es ja irgendwie sagt mir die karte dass wir also rechts von uns waren wir halt noch nicht mehr lang wirst du checken wir das mal aus einfach was war das glaube ich Wir müssen ein bisschen zocken. Oha! Er ist noch recht schnell down. Boah! Der hängt voll viele aus dem Boot. Komm her! Ich komme von anderer Seite. Aber hier sind wir voll viele. Ah, ich mach den Platz. Ich hab den gezwertet. Da dings sind noch welche. Meinst du, wir gehen richtig? Ich glaube schon. Das wird schon irgendwie passen, ne? Oh, da ist er. Hey, gib mir Decker! Solange Gegner kommen, ist alles gut. Oh, ist das ein Erfahrungspunkt? Ne, ein Ring. Ein Ring? Ein Staubrohr. Ein Ring der Weisen. Zieh ich mir auch mal rein. Oh, 25% mehr Erfahrung. Mega. Ich hab gerade eben auch noch den Trank genommen, der 2 Stunden hält und 25% Erfahrung bringt. Hast du genommen? Ja. Ja. Ja, man hat ja 3 Stück davon oder so, ne? Komm, komm, wir brauchen ja ein Ring. Kannst du wahrscheinlich auch kaufen, oder? Kann gut sein. Ich glaube, ich nehme es im nächsten Dungeon. Da kommen gefühlt mehr Glück, ne? Ja, ich guck mal kurz auf die Karte hier. Hm. Ja, keine Ahnung, ob wir hier lang müssen. Auf jeden Fall nicht falsch. Nicht hier drüber. Okay. Hm. Ah, was ist denn da hinten? Was hast denn hier? Feines, hm? Glutwürze. Kriegst du die auch? Die Blutwürze? Nee, ne? Doch, doch, komm. Oh, ist das ein Oberleiger? Oh, stimmt. Könnt sein. Sieht ein bisschen so aus, ja. Wir gehen jetzt nicht aus der Asche. Die Stadt. Ach, die Sagen. Die Stadt. 2. 1. Risiko. Dark. 2. 1. Risiko. Dark. Green. Dark. Pass bloß auf, ihr bösen Buben. Dark. Dark. Hat mir das gesungen. Also kurz zwischen Geld hattest du gestern gesehen. Hey, geil. So eine Metal-Version davon. Das ist ja nicht schon cool. Das ist geil, ne? Checkpoint. So. Das ist jetzt aber die U-Bahn, ne? Ich hoffs. Sieht aber so aus. Ja. Die U-Bahn. Kapellstation. Alles klar. Ah, warte mal. Welcher Trank? Oh, shit. Ich nehm mal kurz den Trank, ja? Ja, so bläulicher war das. Erleuchtung? Kann sein, ne? Ah, hab ich vorhin schon aus der See genommen. Ja. Ist das da? Wo? In oben. In oben. Wieder Level Up. Oh, zwei Pumpe sogar. Also Leben und dann war Kondition hier. Ach, da. Oh! Da ist noch einer. Opferbringer. Was ist das denn? Wow! Ist das die Mod? Oder kann die Waffe das? Ich hab keine Ahnung. War das deine oder meine? Das war deine, glaub ich. Oh, da kommt wieder so ein... Oh, nice. Oh, da kommt noch was von hinten. Boah, zieht jetzt wieder ab. Der ist fast down, ne? Ich muss mal kurz meine Blutung stellen. Kannst du gleich den Heilungsmod machen? Kann ich machen. Warte, zähle. Nein, du. Fällig. Das ist auf jeden Fall gut. Die Heilungsmodus. Kann man mal machen. Können wir da rüber. Die sind runtergesprungen, gerade. Halt, du bist in den Rücken, nein. Ich glaub, dass du diese T-Shirt hier so ausprachst. Ey. Boah, ich bin fast tot, ey. Ei, 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 ich bin bei dir unten. Blende, ne, ich blende. Ich bin bei dir oben, aber auch noch was. Ja, die kommen. Ja. Hey, gib den Deck auf. Hey, 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 auf, auf. Da sind vielleicht noch welche. Okay, können wir da unten lang, Lena? Können wir ein bisschen einfach weitergehen? Okay. Was ist das? Aha, die sind so komische Dinger. Die Minen sind da drin. Die Minen, ja. Was hast du für Knarrene eigentlich? Einfach nur eine Pistole und eine Schrotflette. Aber auch eine Schrotflette. Guck mal, wie was ist. Oh ja, oh, oh, oh. Oh, hier geht's hoch? Wie bist du denn da? Ach, hier geht's auch hoch. Was ist das denn hier Fallen ist? Ring. Noch ein Ring. Noch ein Ring gefunden. Herzsucher. Oh, Tier, 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 Tier. 2. Wo sehe ich den Ring? Du bist tot fast, ne? Ja, ja, ich weiß. Hast du deinen Heilungsgott? Ja. Obwohl, das kann ich eigentlich jetzt schon machen, ne? Ja, kommst du einfach raus machen. Ah, falsche Waffe. Egal. Guck mal, da oben sind so Dinger, guck mal rechts. Ach so, rechts. Ach, dann leuchten unsere Augen so auch so geil rot, wenn ich den anmache. Siehst du das da oben? Nur welche Gegner oder so? Das ist der Gegner. Das ist der Gegner. Das ist der Gegner. Das ist der Jäger-Ding, ne? Ach, guck mal da hinten. Ja. Das kommt da noch unten. Wenn du hier rausguckst. Siehst du das? Oh ja, oh ja, das kommt gerade. Das kommt. Oha, oha. Oh, jetzt ist er hier drin. Feuer, Moni. Ah, tot. Gar nichts. Kommt noch rein. Oh, da. Ah, da. Ah. Voll gut. Das hätte uns jetzt so überrascht, das Ding. Ah, siehst du, das ist so ein Gegner. Ne, ich probiere. Also langsam habe ich jetzt aber wirklich hier Probleme mit, ähm, Muni. Ich habe für die Schrotflüsse nur noch eine. Ja, das geht. Naja, bei der Schrotflüsse habe ich auch immer wieder Probleme. Ich will jetzt den Teils Ring angucken hier. Ich kann mal diese Munitionskiste probieren, die wir dabei haben. Vielleicht lässt sie für uns beide was fallen. Für dich nur. Habe ich nur nie eingesteckt. Aber das ist gut, dass du mich darauf hinweist. Ich nehme die jetzt einfach mal. Ja, perfekt. Ich gucke mir jetzt noch kurz den Ring an. Ähm, herzsuchend. Äh, irgendwas mit passiven Gegner. Das habe ich nicht verstanden. Ja, was sind denn? Gewährt bei passiven Gegnern eine kritische Trefferschance von 100% und erhöht den kritischen Schaden um 15%. Das ist aber schon ganz gut. Ich glaube, ich nehme den. Ja, an sich schon. Wenn wir jetzt wüssten, was passiven Gegner sind. Aber probier's mal, ja? Ja, aber ich meine auch, ähm, kritischer Schaden ist natürlich auch geil. Passt halt auch gut mit meinem Mod, ähm, der die Gegner markiert. Das erhöht ja auch, äh, Chance auf kritischen Schaden. Und dann machen wir, glaube ich, übel gut Damage mit dem Mod. Da hinten liegt noch was. Das ist jetzt die andere Seite, ne? Das ist, das ist da, wo ich eben reingegangen bin und meinte, hier geht's hoch, glaube ich. Ah, ja, kann sein. Ich glaube, hier links müssen wir weiter. Ja. Steht hier schon wieder, abonniert den Zarq. Steht einfach überall. Ja, richtig. Echt krass, das Spiel. Wir haben dich so involviert. Warte, guck mich jetzt auch nochmal an. Komisch, dass sie mich gar nicht angeschrieben haben. Eigentlich kannst du da Geld verlangen. Ja, ich, ich, ich rufe da auf jeden Fall nach an und mach da ein bisschen Stress. Ja, eigentlich ist es ja cool. Check mal. Ja, nehmen wir. Easy. Okay, so, was ist denn jetzt nochmal, was suchen wir jetzt in der U-Bahn-Station? Wir müssen jetzt aus der U-Bahn-Station raus und zu dieser Küche, weil da, glaube ich, das letzte Mal der Opa von der, vom Commander gesehen wurde. Wir müssen hier lang. Ja, wir haben nur einen Weg. Ich bin ja mal gespannt, was wir da treffen. Wo? Ach da. Das sind die Dinger, die an der Decke hängen. Die du eben gesehen hast, ja. Ich glaube, wieder Level ab. Oh, ich hab zwei, äh, Punkte. Ey, ich hab Teamwork schon auf 5. Auf 5? Ich hab, glaube ich, gerade auf, ich hab Teamwork auf 4, ne? 7, 3, 4, 4 hab ich. Oh, hier liegt ne Mine. Vorsicht. Vorsicht, da, direkt neben dir ist ne Mine. Ja. Da kann er nicht klettern. Hä? Da kann er nicht klettern? Da kann er nicht. Hier bestimmt. Ja. Einmal Eisen. Da kann ich das Grüne haben, was unten liegt. Geht's bei dir weiter? Glutwürze und ne Kiste? Oh, Eisen. Altmetall. Was ist denn der Unterschied zwischen Altmetall und Eisen? Altmetall ist, glaube ich, diese Währung. Das Geld. Ach, geil. Das ist ja, das, warte, ich guck mal ganz kurz. Äh, Inventar, muss das ja sein. Materialien. Rund rechts, 1.100. Ja, 1.255. Okay, dann findet man ja doch hier gut Geld. Sehr gut. Dann ist das Altmetall. Oh, hier ist ne Mine. Obwohl, ich will ihn mal gegen Gegner verwenden. Oh, hier. Ja, ich seh nicht, dass da oben hängen, Mann. Ich seh nicht, dass da oben hängen. Alter, ich will den Rücken schneiden. So. Oha. Es wird zu, es wird zu hier. Alter. Ah, der schreit. Nein, das wollte ich nicht machen. Ich hab mein Herz verschwendet. Ja, die Mine klappt auch gegen die Gegner. Ja, cool. Ist der Schreiheitstod? Ja, ja, der ist tot, der ist tot. Scheiße. Ja, das wird auch gut. Ja, bis auf, dass ich mein Herz genommen hab, statt die Heilung. Ja. Wir haben doch den Mod an. Lass mal schnell weiter. Jetzt können wir das noch nutzen. Ah, da oben hängen sie. Siehste? Ja, da kommt doch! Da links. Hier geht's wieder hoch. Oh, hier ist wieder ein Irgendein Item. Oh, hier ist eine Mine. Band des Wissens. Level up. Ist das einfach ein Level up, oder was? Ja. Kondition. Ich mach jetzt mal eins. Wo ich Kondition nicht so viel brauche, weil ich einfach wirklich viel baller. Hier kann man runter. Oder hoch, ja. Oder hoch. Wo geht's denn hoch? Ich hab das Gefühl, ich geh erstmal nach oben. Ich glaube auch. Ich glaube nicht, dass es... Ah, da können wir nicht lang? Ich geh wahrscheinlich wieder nur rüber, ja. Ach du Scheiße, was? Ach du Scheiße. Ja, direkt down hier, die... Okay. Eine perfekte, enge Passage für uns. Oh nein! Wow. Opferbringer! Opferbringer! Was soll das heißen? Hä? Oha! Kriegt ihr ab, Alter. Das hält ja aus! Ich heil mal kurz, oder? Okay. Stellen wir uns mal kurz hin. Ich hab das sogar auch aktiv. Also, aufgeladen. Sehr gut. Ja, schön. Ja, ich glaube, wir müssen runter, ne? Das kann sein. Wir könnten aber auch noch... Oha, ne. Hä? Das geht auch noch rüber. Ach, hier ist aber auch irgendwas. Ah, eine Kiste. Geil. Gut. Ja, dann müssen wir, glaube ich, wieder raus, oder? Oder waren wir schon auf der anderen Seite, hier? Ich glaube, einfach weiter, ne? Wo weiter? Der mittlere Gang, hier. Wo ich bin. Ah ja. Ja. Schön den Gleisen entlang. Also, ich merke auch, so eine Munitionskiste ist, glaube ich, ganz schick. Was sind das für Geräusche? Was sind das für Geräusche? Ist das ein Ausgaben? Sicherlich. Oh, jetzt kommen wir zur Kirche. Jetzt kommen wir zur Kapelle. Gut. Wir sind jetzt... Wo sind wir denn jetzt? Immerhin auf die rüber, ne? Hier vorne kommt, glaube ich, ein Checkpoint oder so. Eine Station weiter, wahrscheinlich. Ja, hier ist ein Checkpoint. Hier mal noch ein bisschen checken. Ah, ne, die sind raus hier sogar. Und da vorne ist der Boss wahrscheinlich. Der ist wieder so eine Lebelwand. Kirche des Vorboten. Wobei, wir haben ja eben mit dem Boss angefangen, ne? Ich könnte jetzt auch wieder Cut machen und die nächste Folge mit dem Boss. wieder anfangen. Ja, komm. Ist ein Cliffhanger. Ja, ein Cliffhanger. Alles klar. Das gefällt mir. Komm, jetzt. Den Penny. Aber nein. Aber jetzt nicht. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.